Applaus So Freunde, das war unsere letzte Vorstellung von ganz großes Kino. Und ihr habt euch jetzt hier zusammengefunden, um live zu verfolgen, wie wir unter Zuhilfenahme von Delirium versprechen, dass die Laden dieser Trauer künstlerisch Ausdruck verleihen werden. Prost. Prost. Oh, was geht los, Mann? Freunde. Oh, die Zeit muss sein. Das war ein wohltuender Schluck. Wir müssen auch achten, dass wir nicht delitrieren, denn sonst halten wir die acht Stunden, die jetzt vor uns liegen, mit euch zusammen nicht durch. Aber ihr auch. Aber ihr auch nicht. Also ihr sollt euch auch noch ein Getränk besorgen. Am besten gebt uns zur Einstellung schon mal eure Hände. Rock'n'Ropp'n! 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 Musik 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 Musik